Hallo und herzlich willkommen Abenteurer. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Ortel Mobile Guthaben aufladen könnt. Insgesamt gibt es zwei verschiedene Auflademöglichkeiten, einmal über die Ortel Mobile App und einmal per Anrufcode. Als erstes zeige ich euch die Aufladung per Ortel App und danach die schnellere Variante per Anrufcode. Los geht's! Um das Guthaben aufzuladen, öffnet ihr als erstes euren Play oder App Store. Sucht dann nach der offiziellen Ortel Mobile App und drückt auf Installieren. Danach öffnen wir die Ortel App und geben die Anrufberechtigung frei. Jetzt klicken wir noch kurz das Popup weg und schon können wir uns einloggen. Der Login funktioniert ganz problemlos über eure Telefonnummer und ganz ohne Passwort. Gebt einfach eure Telefonnummer ein und drückt dann auf Automatisch anmelden. Achtet darauf, dass die Ortel SIM-Karte auch im Smartphone eingelegt ist. Sind wir also eingeloggt, drücken wir in der App in der Mitte auf das Plus-Symbol mit Aufladen. Hier können wir jetzt unseren 16-stelligen Aufladecode von unserem Kassenzettel aus dem Supermarkt, der Tankstelle oder von Amazon eingeben. Ich habe mir meinen Guthabencode vorab bei Amazon gekauft. Ich kopiere mir also meinen Code aus meiner Amazon E-Mail und füge ihn in die Ortel Mobile App ein. Wenn ihr euren Code im Laden gekauft habt, findet ihr diesen auf eurem Kassenzettel. Danach drücken wir nur noch auf Aufladen und unser Ortel Mobile Guthaben wurde erfolgreich aufgeladen. Alternativ könnt ihr das Guthaben auch per Paypal oder per Kreditkarte aufladen. Geht dafür auf die Startseite der App und drückt oben auf das Paypal-Banner. Jetzt öffnet sich eine neue Seite und wir bestätigen kurz die Cookies. Danach wählen wir aus, ob wir einmalig, wöchentlich oder monatlich unser Ortel Guthaben aufladen möchten. In meinem Fall möchte ich das nur einmalig. Jetzt müssen wir zweimal hintereinander unsere Ortel Mobile Telefonnummer eingeben. Als nächstes wähle ich mir den Betrag aus, der aufgeladen werden soll. In meinem Fall wähle ich mir 15 Euro aus. Jetzt akzeptieren wir noch die AGBs und drücken dann auf jetzt kaufen. Im nächsten Fenster können wir unsere Zahlungsmethode wie Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung auswählen. Im nächsten Schritt werden wir zu Paypal weitergeleitet und unser Guthaben wird erfolgreich aufgeladen. Wer sich die Ortel Mobile App nicht installieren möchte, der kann das Guthaben auch ganz schnell per Anrufcode aufladen. Öffnet dazu einfach eure Telefon-App und gebt Sternchen, 103 Sternchen und danach euren 16-stelligen Aufladecode von Amazon oder von eurem Kassenzettel aus dem Supermarkt ein. Bestätigt das Ganze noch mit der Raute-Taste und drückt dann nur noch auf Anrufen. Jetzt wird dein USSD-Code ausgeführt und dein Guthaben wird erfolgreich aufgeladen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du uns hier auf YouTube mit einem Abo und einem Like unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, deine Test-Venture-Crew.